So weiter geht's Auge tränen gerade weißt du traurig bin Drei Männer, Lukas. Drei von meinen Männern sind tot wegen dir. Das endet. Und es endet jetzt. Ich glaube nicht. Es sind ungefähr vier mitten Soldaten in einem Moment. Du wirst verlieren, dann wirst du sterben. Interessant. Der heißt gar nicht Christian, sondern Christopher. Okay, wir haben hier eine Situation. Wir sind auf, Chris. Geh zurück in die zentralen Kavern und warte für weitere Instruktionen. Keine Ahnung. Wo muss ich jetzt hin? Ich vertraue auf kluges Game Design, dass ich weiß wo ich hin muss, dass es automatisch hier ist. Okay. Keine Zeit mehr für euch zu vergnügen hier. Das let me go. Er leuchtet's. Da geh ich hin. Ich speichere mal. Das rote Tor. Da. Lass man sagen. RANKFURRRA Kurito, Redo, Fuoro. Denn 73 geboren. Aha. Hmmm. Hmm. Hm. Ah. Ah. Hm. Ah. Ah. Ah, ah. Ah. holen muss ich jetzt Abbauraum wo ist denn der Abbauraum? hier ist kein Abbauraum ich verarschen zurück nach Finale ja, irgendwie schon, ne? wegen der obligatorischen Selbstverstörung am Ende da sind die Zelle hä? hält mich einfach nur doof ich hab Panik ich guck mal da hinten aber die Türen waren ja alle zu vielleicht kann ich da jetzt rein aber lasst mich doch in Ruhe ach clownschlüssel stimmt ich habe einen clownschlüssel ich auch keks mach die Tür auf Aua manchmal nicht so klug von mir so lange rum zu dödeln das heißt das werde ich beide wahrscheinlich verrecken aber das ist okay damit kann ich leben ja, damit kann ich leben zu verrecken hm was? eben ging es ja noch lang danke ich mag grad voll gerne wie das Timing gerade stimmt mit der Musik gerade klick, klick kann ich jetzt mit normalen Position erwischen ja, ne? sonst hätte ich die Fehlermeldung wieder bekommen Folge 4 von 6 na, okay da kommt noch ein bisschen keine Ahnung, was klug ist, was ich hier gerade tue ja wutdafuck ja voll eine reingehauen dann gehen wir doch mit in die Mitte aus Jesus Christus jetzt finde ich das Nitrogen das hat mich zu erinnern Position Fassade Spaß für die ganze Familie aus na 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 naaa ain't na 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 uh hey wo ist denn äh ja wutdafuck wutdafuc Jetzt fehlt mir das Zeug. Oder nicht? Hä? Versteh ich nicht. Ich bin auch jetzt hier, weil hier eigentlich was ist, oder nicht? Hier dieses... Flüssigen Stickstoff oder was auch immer ich da holen musste jetzt. Wenn ich jetzt wieder zurückfahre, ist es doch Käse. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss eher alles nochmal von vorne machen. Ich stehe jetzt gerade aber wirklich nicht. Ich will einen Abbauraum finden. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Was zum Fick? Wo ist der Abbauraum? Das ist alles der Abbauraum. 2F. Ich habe absolut gar keinen Peil, was ich tun muss. Die Zeit geht weiter, während ich im Menü bin. Warte mal. Ich bin ganz schön dumm. Aber die Zeit ist weg. Das ist nichts. Oh. Jo. Auch nicht so gesund für die Hand. Da ist der Timer aber sehr freundlich. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön, Lukas. Es ist nur du und ich. Okay. Ich habe es echt übersehen, dieses Fass da. Obwohl es so gut platziert war eigentlich auf dem Weg und auch noch so markiert, so mit dem ganzen Dampf und so, der da rauskommt. Naja. Ah ja, ich habe es jetzt zum Glück noch gefunden. Ich habe so viel rumgedümpelt. Holy shit, ich habe es trotzdem noch gereicht. Das ist ja echt schon, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Da muss ich jetzt einfach nur, ne? Ja. Goll. Okay. Inkompetenz, ja. Ach, hier war das. Okay. Warte mal. Maximale Gesundheit. Ach, wüsste was. Ich gön mir jetzt das hier. Finde ich eh besser. Lieber Gesundheit als den anderen Booms. So. So. Ich sterbe eh viel zu schnell habe ich das Gefühl. Gucken wir mal, wie die anderen vier noch finden. So, erstmal alle falschen Taschen wieder kurz gedrückt. Die Muskelkraft enorm. Oh, da denkt sich Chris nur so, mhm. Steroide passt eh mehr. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Okay. Komme ich nicht durch. Du solltest nicht, dass es da oben war. Zum Einlösen. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Auf jeden Fall. Aber nochmal abspeichern, weil ich es kann. Hey. Äh, du, 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 du. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Ah, ha, ha, ha. Das ist wirklich jetzt ein bisschen nach Finale hier, von wegen, äh, sich ordentlich ausrüsten. Könnt ihr mal nachts sich das Gerät bitte angehen? Christopher, stand with us, I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see, how impressive you really are. Also so impressive wie Davy, 5 of 4 bin ich auf jeden Fall nicht. Aber gucken wir mal. Bäm. So ein Fettsack schon wieder. Heee, die haben wieder getötet. Ne, doch nicht. Ai. Im Glück habe ich die Steroide genommen, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt tot. Mhm. Vielleicht sterbe auch so. Ach. Ebenmal eine Folge von 6, 6er Videos und sind die zwei Folgen. Ach, Chris ist heute noch fertig. Also beide zusammen 36. Ja dann. Warum nicht. Ich hab keine böse Muni mehr. Das ist nicht gut, oder? Ich wollte eigentlich den gerade schießen, aber gut. dann halt nicht. Ach, come on. Das ist nicht gut. Ich hab ja keine Muni dafür. Ähm. Ich kann die nicht mehr... Ach so. So geht das. Hm. Oder ist das die Muni? Ich wär immer nur dumm. Es ist die Muni. Ich Idiot. Ähm. Entschuldigung. Mit geht bald ein bisschen die Muni aus leider. da. Nicht so gut. Muss ich mich hier durchmessern? Wie soll es die? Idiot! Mann! Hey, mir geht's gut. Christian. Oh. Ach, das habe ich eben gar nicht neu eingesammelt hier, ne? Merke ich gerade mal. Was sollte ich vielleicht tun, das neu einsammeln hier? Nicht einfach nur durchrennen. Damn. Okay. der geht mir in den Katzen Katzen Mann, du sollst. Egal. Das ist auch unfair. Boah, was auch immer, ey. Ich weiß nicht genau, wer das grad war, deswegen hab ich einfach alle aufgeknallt. La, la, la. Du schlappst dich, Christopher. Wir haben dir das Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie viel mehr von dem, wie du das sagst, wenn du das sagst? Mann, ich muss mich doch nicht voll hier. Alter, was ist denn los? Und ja gar nicht auf. What the fuck? Leute. Warum verreckt ihr nicht? So was hatten die doch eigentlich gar nicht. Was auch immer. Okay, okay. No more, alright? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know, I know. I've done... I've done terrible things. Horrible things. I killed your men. I tortured them. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commence the countdown to detonation. You hear that? Sounds like time's running out for you. You can't talk, Christopher. And... Paul. You're gonna kill me, just kill me. For the love of God. Shut the fuck up. You're trying to kill me. You're trying to kill me and watch you run to death. But I can't... I have it elsewhere to be. Come on. Könntest du dich bitte immer auf mein Bild verpissen, damit ich ihn wieder sehe? Danke. Christian! Ist doch stark! Ähm... Oh... Hm... Jo, und jetzt? Bin ich dem Tode dabei, leider. Zero! Hm... Ich hätte dann echt eine Taktik, wenn er einfach im Kampf mit dir... ...telefoniert. Ich lebe vielleicht noch. Ich lebe nicht mehr. Okay! Boah, bitte nicht nochmal den Kampf, okay? Das Bild. Okay! Okay! Nicht mehr, okay? Ich habe noch nichts mehr. Du bekommst keine Sympathie für mich, Scheiße. Ich weiß, ich weiß! Ich habe... Ich habe schreckliche Dinge gemacht. Schreckliche Dinge. Ich töte deine Männer. Ich habe sie getötet. Und ich freue mich alle Sekunden, Soldatenboy! Ich bin, dass ich mich überrascht fühle, wenn du dich verraten kannst! Oh, oh... Du hörst das? Es klingt wie Zeit für dich zu gehen! Tick-tock, Christopher! Tick... ...off! Oh, hier ist auch noch eins. Wenn du mich töten, dann töten! Mit der Liebe, Gott! Schau dir die... Oh, ich wünsche, ich hätte es dir zu sein, wenn du dich verraten kannst. Aber ich kann... Ich habe eine gute Idee. Oh, hier habe ich Pech. Ich habe jetzt den richtigen zum Schluss. Shit! Shit! Oh, okay! Ei, 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 ei... Chris, bist du okay? Ja, ich bin gut. Wir haben eine E-Mail gekriegt, die Lukas einfach ausgerufen hat. Schöne an das. Umbrella und Redfield haben sich umgekehrt. Behandeln mit ihnen kostet mir ein bisschen Zeit. Es kostet ihnen viel mehr. Aber ich kann trotzdem das Daten von dir bekommen, aber wir sind nach dem quits. Du denkst, ich bin tot. Das ist vielleicht unsere Chance. Wer hat sie es zu sendet? Wir sind immer noch das gekryptet. Nur geh Lukas! Gib mir postet. Ich hätte Chris mal die Feuerwehrmission gespielt, ja. Der hat etwas gebracht. Na ja, gut. Ich höre aber mal auf für diese Folge. Und ja, in den nächsten Verhältnissen denke ich das DLC hier beenden. Ja, wenn es dann ungefähr noch eine halbe Stunde geht, passt das ja. Und dann auch die letzte Aufnahme für diesen Stream, wa? Also, bis zum nächsten Mal. Hihi! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.